Hey, also ich bin's wieder, meine Ronja Bravehill mit meinem ausgelevelten Diamond Dancer. Jo, wie ihr seht bin ich gerade in Firegroove, in den 10 Minuten beginnt das Champy und ja, was soll ich noch erzählen, ja genau, ich wurde leider noch nie abonniert, also abonniert mich ruhig mal, ihr könnt mich auch auf Insta abonnieren, also da bin ich das Snowboard Glieder, ich ganz gern Snowboard fache, ja, also jo, ich hoffe ich schaffe es dann, ja also wie ihr seht, es ist schon viel los und so, ne, dann würde ich mal sagen auf Glück und ja, also die 8 Minuten noch stelle ich mal meinen Club vor, also jo, ich bin bei den Flower Protector Girls, ist ein kleiner lustiger Club, also hier mal Club Info, ne, ja, also das Clubfeld müsst ihr jetzt nicht unbedingt haben, es keimen muss, dann mal zu der Wochenplanung, also Montag Reitunterricht, Dienstag habt ihr frei, Mittwoch ist Update, Donnerstag ist Spieletag, am Freitag ist am Renntag, Samstag Ausritt und ja, Sonntag ist Club Treffen, dann zu den Regeln, so wie bei allen, jo, also die letzte ist am wichtigsten, alle Clubmitglieder sollten an den Clubtreffen teilnehmen, wenn einer mal nicht kann, ist dies aber auch nicht schlimm, aber man darf jetzt eben nicht immer fehlen, ne, so, ich sagte ja, ein lustiger kleiner Haufen, wir suchen noch ein paar Mütis und ja, ich hoffe ihr habt Interesse und dann mal ab zum Champi, die, wie ihr sehen könnt, können wir uns mal anmelden, das machen wir mal, so, ne, ja, 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 die redet nur immer ein Schrott, dann, also, erster Platz ist klar, Goldschleife, die kann man auch für 5.000 kaufen, aber das würde ich jetzt nicht machen und Großpreis ist eben, ja, also dann, auf gut Glück, juhu, jetzt dauert es nur 4 Minuten, bis die Gruppen eingeteilt werden, ein Tipp, stellt euch immer in die Mitte im Firegroove Championat, denn sonst, arm landet ihr außen oder ganz innen und das ist auch bisschen doof, ja. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt Gruppe 4 und so, jo, hier ist Eveline Appstreet ist mein BFF, also im Weg meine ich jetzt und, ja, hm, Gruppe 4 mit denen bestimmt einfach, also, ich kann leider nicht filmen, weil ich zu dumm dafür bin, obwohl ich auf dem Gymnasium bin, also, ich zeige euch dann nachher das Ergebnis. Ja, also, ich bin ins Ziel gekommen, dann schauen wir mal, was für ein Platz ich bin, jo, und so, ich bin Erste und hab eine Goldmedaille gewonnen, also dann, jetzt wisst ihr ja, dass die Gruppe 4 auch einfach sein kann, ähm, ja, dann abonniert mich schön, liked dieses Video, auch andere, wenn's okay ist, ja, okay, also dann, bis bald, bye! Tschüss! Musik Musik